So, heute willkommen zurück. Wir haben von drei Tiefelmaus, wir haben uns ja die Warnfall mit zerstört. Und jetzt bleibe ich den Typen hier. Da geht es mal nicht hier hin. So. Ich zerstöne jetzt noch den Panzer. Wir fürchten nichts. Wir sind auserwählt. Ruhm und Ehre. Wir werden unvergessen bleiben. So, der Engineer ist auch da. Ja, ich bin hier. Ist das hier hin? Hört die Worte Caines. Jetzt. Wir sind auserwählt. Cain will es so. Wunderbar. Was brauchen Sie? Ich werde jetzt hier mal etwas speichern, ja? Nichts, wenn ich den Ingenieur rein schicke, dass der verrückt. Leute, ihr seht schon? Aber schwer? Ist das schwer, ja? Ja. Vertrauen Sie mir. Ich spreche das in die Luft. Mit freundlichen Grüßen. Hier ist meine Karte. Kann ich Ihnen helfen? Du gehst jetzt hier rein? Es wird uns gehören. Allzeit bereit. Du gehst hier vor und sicherst das erstmal. Du gehst hier rein. Gut. Das springen. Das springen. So, seht ihr? Jetzt sind diese Abwehr-Geschütze schon mal. hier ist meine karte nicht mehr aktiv die da oben auch nicht mehr schätzt ich mal ok nein da brauche ich jetzt die die hier im westlichen noch der große klang offenbart sich so da jetzt die flugabwehrschütte inaktiv sind was gibt aber wir kennen sogar orca mit machen den machen wir jetzt auch naja wir haben ja damals auch positiv luftangriffe eingeleitet hat voll gebrocht ja natürlich voll gebrocht ich arbeite allein stellen wir uns vor das wer ist der nächste ist der nächste ich erledige das Einzige, unsere Zeit ist gekommen Mut gezeugt mir Hier ist meine Karte Wir fürchten nichts Die Zeit ist reif Überlasst sie mir Mit kontextlichen Grüßen Mit exklusiven Grüßen Positiv Zurück, 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 zurück Wo sind meine Flugzeuge? Schießen Sie los Wir haben sie auf dem Radar Holen wir sie uns Erfasse Ziel Wehre mich Ziel Wir haben sie auf dem Radar Erfasse Ziel Verstanden, wir greifen an Da oben ist jetzt nichts mehr an Kisten, oder? Muss ich hier rauf? Ne, sieht nicht so aus Einheit wird angegriffen Erfasse Ziel Ruhm und Ehre Wir sind aus der Welt Wer ist der Nächste? Rücke vor Patrouille bereit Wir haben sie auf dem Radar Oh, ich hab's schon erfüllt Ich hab's geschafft Das wollte ich eigentlich doch gar nicht, aber ich hab's gemacht Ich hab nicht gestartet, scheiße 19 Minuten, okay Alles gemacht Alles gemacht Alles gemacht Wunderbar Oh Leute, wir haben ein Lot geschafft So, jetzt Washington D.C. Erfasse in den Namen Washington D.C. Okay Ja, so etwas gefällt mir Jetzt folgt das Hauptgericht Die Supershow Die D.I. Truppen stehen vor den Toren Washingtons Und warten auf Verstärkung, die nicht kommen wird Diese Mistkerle sind jetzt erledigt Vernichten Sie diese Ungläubigen Und sichern Sie unsere erste blaue Zone Wunnen Sie es für Cain, Commander Okay, tun's für Cain Washington D.C. Die D.C. steht mit dem Rücken zur Wand Unsere Verstärkung sammelt sich in Hampton Roads Die Eroberung von Washington ist zum Greifen nahe Sie haben die Ehre, diesen Angriff zu befehligen Wir haben vor der Stadt einen Schutzboot errichtet Und ziehen diese Sekunden Verstärkung heran Bilden Sie eine Armee aus Neutralisieren Sie den C.I. Trupp und eroberen Sie diese Stadt Okay, schwer hab ich eingestellt Wunderbar Äh, das ist das Okay, ich weiß schon, was ich tun muss Geheimdienstdaten aktualisiert Empfange Nachricht Zerstören Sie die GDI-Basis im Nordosten Ja, das ist okay Erstmal brauch ich einen Sammler, hab ich Hier drüben Hier sind die U-Bahn-Zugänge, Leute Kennt euch das GDI Und endlich muss der U-Bahn-Der U-Bahn-Bahnhof sein Nicht nur ein Einheiten in Sicht Jetzt du aber aus dem Sieg, Alter Nun, das ist eine gute GDI-Bahn-Zugänge Ichhole dich Ich weiß schon, was ich wahrscheinlich Ich habe ja noch einen Ausbildung ارate Kämpfer durchladen Kämpfer durchladen Kampferdurchladen 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 Neues Bonusziel Bau abgeschlossen ungeeigneter Bauplatz wir haben die Raketen neue Bauern ich habe ein Bonusziel nicht gemacht wir haben sie das in der Stadt zu sein damit wir nicht überwarten werden wir haben sie den Verteidigungsknoten errichtet können sie innerhalb des Radios drei Geschütze stationieren wir haben die Raketen es gibt viel zu tun wir haben die Raketen ich weiß damals noch, ich habe den Gentium platziert was Bonusziel wurde war aber nicht erfüllt ja Kampferdurchladen feindliche Einheiten in Sicht das kann ich denn noch ein paar oder da das sind schon Gebäude von den anderen seht ihr das Leute hier kann ich irgendwie was Neues Bonusziel bauen sie über das Sekundärgebäude Menü einen Laserturm kann ich irgendwie hier hier schwarze Hand die brauche ich das sind Flammenwerf Leute damit kann ich Gebäude ausräuchern hier steht's hier steht's hier steht's wo ist meine schwarze Hand hier mit den armen die sind es der Sinten hier mit diesen armen sind es Kampftruppe Einheit wird angegriffen Einheit verloben Flammenpanzer sind unterwegs! Geil! Hier! Weil ich die Flammenpanzer am Gebäude soll um die Gebäude zu räumen Verstärkungen sind eingeführt. Flammenpanzer eignen sich für den Häuserkampf. Bauen Sie in der Waffenfabrik weitere Panzer. Einheil wird angegriffen. Feindliche Basis in Sicht. Hatten Sie es gesehen? Wenn Sie das gemacht haben, haben Sie es gesehen? Sie sind auch gut gegen die hier. Neues Bonusziel. Erobern Sie den U-Bahnhof. Ja, das muss ich ubern und erobern. Bonusziel. Wunderbar! Hör dich! Vorwärts! Ja, ich geh'n hier. Bist du nach Kisten gucken? Die Bruderschaft vertraut mir. Ich sehe hier noch keine. Soweit jetzt. Wo bist du denn? Hier. Ich kann helfen. Das ist auch geschaffen. Die sind zwei Einheiten, Leute. Ja. Kommen Sie mit in den Fahrzeugen. Jetzt stehen die Typen so. Ich bin an. Ich bin an. Das ist doch nicht. Die sind nicht mehr. Okay. Oh, der fährt sie einfach. Ich habe keinen Panzer. Wir werden siegen. Machen wir uns an die Arbeit. Wir sind bereit. Das Feuer ist mit uns. Soll das? Es ist alles bereit. Wir kennen ihn. Ich habe ihn. Baug unterbrochen, abgebrochen. Wir brennen. Feindliche Einheiten in Sicht. Opfern sie den Flammen! Einheit wird angegriffen. Feindliche Basis in Sicht. Brennt alles nieder. Räuchert sie aus. Die Teuren sind gestrungen. Brennt alles nieder. Kann nicht jeder schon in der Nähe liegen? Opfert sie den Flammen. Räuchert sie aus. Das Feuer ist mit uns. Es wird Asche regnen. Opfert sie den Flammen. Brennen folgt ihr. Räuchert sie aus. Wunderbar. Brennt alles nieder. Einheit wird angeboten. Unsere Feinde werden brennen. Kesseln sie ein. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit befördert. Oh, schau die Locke. Du machst den hier. Du machst den hier. Tiberium Belastung gemessen. Silos benötigt. Okay. Dann machen wir noch den hier. Ausbildung. Ausbildung. Wir brennen. Schwarze Hand einsatzbereit. Geht zurück. Ich höre. Wir gehen jetzt mal hier lang und dann lenden wir mal da rein. Ich hoffe, das schafft der. Ich hoffe, hier ist jetzt nichts mehr. Ja, ja. Ich muss euch gucken, ob die das hier übersetzt haben schon wieder. Weiß das das ansehen oder ist das ein Problem? Nein. Siehst du aus. Vorsichtig. Ich bin ein Idiot. Ich hätte das hier leicht einnehmen können, die Kaserne. Das war jetzt mein Fehl, Leute. Scheiße, das war jetzt dumm von mir. Das war dumm von mir. Aber das Brustchen habe ich schon mal erfüllt jetzt. Was sollst du reingehen? Geheude besetzt. Bonus-Ziel erreicht. Unser Leben gehört King. Ich fahre aus dem Mip jetzt raus, oder? Nein. Wir haben feindliche Luftunterstützung auf dem Radar. Kümmern wir uns um die Transporter, bevor sie... Schieß doch! Schieß doch! Warum schießt ihr nicht? Toll. Ich habe jetzt alle drei durchgelassen, oder was? Aber das ist kein Bonus-Ziel. Was steckt da? Verstehen Sie mir aus, dass wir... Den hat sich erst den Nordosten. Der größte Teil der Abwärtsgescheinster stärkisch wird zu werden. Das ist jetzt die Basis und die Fassmusik, die sich hierher nahmzunehmen. Unzureichende Mittel. Ja, ich weiß. Da hinten kommen sie. Seht ihr die Leute? Da hinten kommen sie. Unser Leben gehört King. Wir werden warten. Nordmod ist bereit. Wir müssen näher ran. Unsere Feinde werden brennen. Die Sammler wird angegriffen. Die Berium-Belastung gemessen. Einheit wird angegriffen. Es sind sie ein. Nordmod ist bereit. Wir sind bereit. Das Wagen hat ein Ende. Brennt sie nieder. Die Flammen sind wehe. Wir werden sieben. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wir brennen. Es wird Asche regnen. Schirmt die Tanks ab. Was steht als nächstes an? Wir schreiben Geschichte. Gehen wir auf die Erde. Ich hab was für sie. Wo sind die Feinde? Feindliche Einheiten in Sicht. Gehen wir auf die Erde. Wieder mit den Unterdrückern. Ich werde dann so weit. Wir nicht. Nur die hier. Suchen wir sie. Mit erhobenen Waffen. Hier, Raider. Vorwärts los. Äh, ja. Ähm, okay. Da kommen immer mehr, glaub ich. So, ich kann jetzt die hier reinschicken. Zum Beispiel. Und dann irgendwo rauslassen. Hier zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Möglichkeit. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, hier bei einem, weil wir hier natürlich rumlaufen, ja. Das ist... Ich glaube, viel später werden die, glaube ich... Stimm-Irgendwann. Ausbildung. Ich muss mal was probieren. Und zwar kann ich hier... Gebäude-Richtung bestellen. Ja, das geht nicht. Das geht leider nicht. Ich muss mal was probieren. Und zwar ist die Shadow-Team hier rein. Shadow-Team. In Bereitschaft. Maximum erkennt nur drei Einheiten rein, ja. Konzentration. Das ist der Fall. Und weil ich den U-Bahn-Bahnhof besitze... Kann ich die überall rauslassen. Hier kann ich die rauslassen. ja hier hier nicht oder ich kann sie nicht als er hier sind die jetzt weg feindliche einheitlich kann sich hier auslassen also hier hier oder hier nach dem bar auf dem besitze wenn der wahl wird der stört wird kann ich dann benutzen soll ich jetzt darauf zu gehen die drücke wir können sich hier auslassen aber Schwachsinn ist dass sie mal hier aus feindliche Basis Vorsicht wir haben unser Ziel einheit wird angegriffen einheit verlobt mit dem wind der weg ist frei ich bin ich bin sie los benötigt Ich werde mal zusammen in den neuen. So. Bereit. Entschlossen. Kann ich hier landen, dann kann ich die Bomben nämlich gleich landen. Landen die hinter dem Zaun oder vor dem Zaun? Die Schwingen von MAD. Das ist das Ziel. Vorsicht. Wir haben unser Ziel. Die Schwingen von MAD. Das ist das Ziel. Die Städte werden wachsen. MBF. I am... Das ist cool von MAD. Was ich sehen? Hier. Ich mache systematisch die drei Kraftwerke kaputt, ja. Und dann wenn ich hier auf und mache das hier kaputt. Ich muss die zwei Kaser nicht zerstören. Den Sammler. Die Kraftmabrik und den Bauhof. Dann habe ich den Nord... Dann habe ich die Küste geschafft. Was ist hier? Ah, da irgendwas. Wir sind Kisten. Wir sind vier Kisten. Ich hole nicht mehr. Ich hole nicht mehr. Ich hole nicht mehr auf jeden Fall. Ich predicted nichts von einemSu still. Wir haben unser Ziel. Wir haben unser Ziel. Die Schwingen von MAD. Wird erledigt. He he, jetzt habe ich hier die Liga ausgeschaltet. Einheit wird angehört. In Bereitschaft. Einheit verloren. Feurige Zerstörung bereit. Ein Gleitflug. Unterwegs. Ohne jede Spur. Oh, hier ist ein Tank, heute. Hier ist ein Tank. Kann ich voll viel anrichten damit. Hier ist ein Panzer. Ich will nur die Kisten sammeln, heute. Feurige Zerstörung. Neues Bonusziel. Zerstören Sie die Tiberium Silos der GDI, um die Stadt zu kontaminieren. Aha. Das sind Bonuszile. Okay, ich will die... Was soll die Tiberium Silos zerstören? Das ist unser Weg. Einheit befördert. Unterwegs. Feurige Zerstörung. Das war nur Geld. Unterwegs. Der Weg ist frei. Vorsicht. Konzentration. Feurige Zerstörung. Das war nur Geld. Vorsicht. Schnell. Ohne jede Spur. Feurige Zerstörung. Feurige Zerstörung. Die Schwingen von Mard. Bereit. Es darf nicht existieren. Kane wird hoher Freude sein, dass wir das sehen. Ja, ja, ja. So, was sind die nächsten? Das habe ich doch gerade gemacht. Ah, ja. Hier sind noch welche. Feurige Zerstörung. Was ist denn hier, Leute? Das ist unser Weg. Guck mal ein bisschen. Ich sing, glaube ich, getan. Ich hoffe es zumindest. Unterwegs. Feurige Zerstörung. Was ist denn hier drin? Was ist denn hier? Einheit verloben. Feindliche Basis in Sicht. Lasst mich doch hier langen, bitte. Ich will hier drin landen. Hier geht's. Hier geht's. Oh Leute, ich habe vergessen, den Timer zu starten. Shit, das ist ein voller langer Part. Ich war so im Spiel vertieft. Mach nicht mal einen kleinen Schnitt. Es geht auch sofort weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, dass wir das Video kommentieren.